Ja, dein Herz ist das Tor, deine Liebe, das kannst du doch nicht übersehen. Komm und hör auf deine innere Stimme, bevor der letzte Engel, bevor der letzte Engel dreht. In unserem Leben gibt es immer wieder verschiedene Türen und es ist die Frage, ob du alle Türen erkennst oder alle Türen siehst. Und meistens ist es so, dass wir die eine oder andere Tür aufstoßen und dahinter sich doch nicht das verbirgt, was wir uns erhofft haben. Und ist es nicht so, dass wir auch manchmal die Wahl haben, die eine Tür aufzumachen oder die andere Tür. Und wir sind uns unsicher, hinter welcher Tür nun das große Glück lauert. Ist es nicht so, dass die eine oder andere Tür für uns für immer verschlossen bleibt? Und wir einfach nicht diese Tür, die sehen wir und wir erkennen sie, aber es gibt einfach nicht den richtigen Schlüssel dazu. Manchmal siehst du noch nicht mal das Schloss dazu. Und es werden dir immer wieder verschiedene Schlüssel zur Wahl gestellt. Immer mehr Schlüssel, immer mehr Möglichkeiten, wie du deine Tür öffnen kannst, wie du an deine Seele rankommst. Und dennoch bleibt die eine oder andere Tür für immer verschlossen. Ich arbeite mit einer Technik, wo ich diese Türen schon innerhalb der ersten Sitzung aufstoßen kann. Und wir an die Kernglaubenssätze kommen. Die Glaubenssätze, die dich so lange behindert haben. Deshalb lade ich dich ein, deine Tür zu erkennen, deine Schicksalstür zu erkennen und diese zu öffnen. Und dadurch ein ganz neues Lebensgefühl zu bekommen. Vereinbare einfach ein kostenfreies Vorgespräch. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt treten. Bis dann. Tschüss. Bevor der letzte Engel, bevor der letzte Engel, bevor der letzte Engel. Der Engel fliegt. Der Engel fliegt.